Luigi Cevinini war ein italienischer Fußballspieler und Trainer. Er wurde auch Cevinini III genannt, da er der dritte von fünf Brüdern aus einer der größten Fußballer-Dynastien Italiens war. Während seiner aktiven Zeit war Cevinini auch Sitsi bekannt und spielte als linker Außenläufer. Karriere Luigi Cevinini verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere bei Inter Mailand, für die er mit einigen Unterbrechungen von 1912 bis 1927 spielte. Obwohl der Erste Weltkrieg den Beginn seiner Karriere verzögert, schaffte er den Durchbruch. Bereits am 31. Januar 1915 hatte Cevinini beim 3 zu 1 gegen die Schweiz im Alter von nur 19 Jahren in der Nationalmannschaft debütiert und auch sofort sein erstes Tor für die Squadra Asura erzielt. In der Saison 1919-20. konnte Cevinini mit Inter die erste nach dem Krieg ausgetragene Meisterschaft gewinnen. Er steuerte dabei 23 Tore in 21 Spielen zum Titelgewinn bei. In der folgenden Saison traf er in 19 Spielen sogar 31 Mal, schied aber trotzdem mit seiner Mannschaft schon relativ früh aus der Meisterschaft aus, die damals noch in mehreren Gruppenphasen ausgetragen wurde. In der Saison 1921-22. lief Cevinini für Rues Novese in der Meisterschaft der FIGC auf. Während Inter sich an der Liga des rivalisierenden Verbandes CCI beteiligte, aber dort nur den letzten Platz in seiner Gruppe belegen konnte. Novese hingegen konnte mit Luigi Cevinini und dessen beiden älteren Brüdern Aldo und Mario im Team den Titel der FIGC gewinnen. Insgesamt absolvierte Cevinini 190 Partien für internationale Mailand und schoss dabei 156 Tore. Zur Saison 1927-28. wechselte Cevinini zur damals aufstrebenden Mannschaft von Juventus Turin, für die er bis 1930 spielte. Bei Juve war er anfangs Stammspieler und erzielte auch wieder viele Tore. Im Jahr 1929 zog er sich nach 29 Partien und elf Toren aus der Nationalmannschaft zurück. Nach der Spielzeit 1929-30. der allerersten Serie A-Saison, in der er keine Stammspieler mehr war, wechselte er zu Urs Messinesche. In Turin absolvierte er 67 Spiele und traf dabei 21 Mal. In Messina arbeitete er als Spielertrainer in der dritthöchsten Spielklasse und führte den Verein, trotz seiner mittlerweile 37 Jahre, zum Aufstieg in die Serie B. Am Saisonende 1938-39. übernahm er die USA-Rizzo als Trainer und absolvierte dabei auch noch einmal, mittlerweile 44-jährig, vier Partien. Für Inter Mailand schoss er in seiner Laufbahn 17 Tore im Derby gegen den AC Mailand eine Ausbeute, die später nur noch von Giuseppe Messer mit 20 Treffern übertroffen wurde. Sein Bruder Mario schaffte es für Milan auf 16 Tore im Derby die Lama Donina. Bis heute hat es kein anderer Spieler geschafft, die Torausbeute dieses Trios zu erreichen. Erfolge Italienische Meisterschaft 1920, 1921, 1922 Europapokal der Nationalmannschaften 1927 bis 1930 1531, 1923 1826, 1922 K술 Vielen Dank.